Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Wir sind mal wieder on Tour. Es gibt einen kleinen Vlog. Selim ist auch am Start. Erstmal wieder lernen mit dem Gerät hier umzugehen. Wir waren eigentlich in Kerpen, haben Selim's X5 verschönert. Wir hatten sehr viel Spaß, haben zusammen was für Grip gedreht, werdet ihr irgendwann im TV sehen, war wirklich witzig, haben die X5 umlackiert, ist mit wenig Erwartung rangegangen. Diese wurden aber vollkommen erfüllt. Ja, die Flex, Philipp hat auch Flex bestanden. Aber da seht ihr später mehr zu. Ja, was machen wir jetzt? Wir besuchen ein paar Freunde von uns in Düren, sind bekannt für verrückte Autoumbauten. Mehr will ich gar nicht verwenden. Wie heißt denn die? Das ist die Firma Speedtech, das ist der Dorn und sein Team drumherum, auch der Bruder ist dabei und die bauen wirklich brutale BMWs. Okay, also wir sind mal wieder im BMW Auftrage unterwegs. Ja, also ich glaube nicht nur BMWs, aber die haben da so ein paar BMW stehen, die sind schon sehr verrückt. Crazy. Okay, das heißt eher mehr in Richtung Rennschrecker oder eher in Richtung Leistung oder alles? Beides. Beides, okay. Also die machen zum Beispiel so Sachen wie, die kloppen dir einen Motor in ein Auto rein, der da nie rein gehört. Und die bauen das so, dass es aussieht, als hätte der Hersteller das selber so gemacht. Wir sind aber eine Person, Geschwister oder was sagtest du? Eine ganze Truppe oder nicht? Das sind auf jeden Fall zwei Brüder plus halt Team und die bauen echt verrückte Sachen. Ja, ich bin gespannt. Was macht der E630? Der steht immer noch auf der Bühne, ist eigentlich jetzt mittlerweile mit der Bühne verschweißt. Wir warten nur auf den Motor, also das ganze Carbonzeug ist schon dran. Das ist ja alles schon lackiert, oder? Lackiert noch nicht, aber haben wir schon mal so dran gebaut und jetzt fehlt wirklich nur noch der Motor, Kabel bauen und dann soll das Ding irgendwann mal wieder schreien. Übrigens, die Sitzposition ist von Eddy. Also ich weiß nicht, wie man so im Auto sitzen kann, Eddy. Größte Lüge. Nee, Eddy saß noch viel krasser. Ehrlich? Ja, stimmt. Das meinte ich auch mit größter Lüge. So fährst du Auto. Wie kann man so Auto fahren? Also wenn die Lehne mal abbrechen sollte, wäre das kein Problem, weil sie eh hinten eine Rücksbank bleibt. Guck mal, so sitzt der im Auto. Wie kann man denn so sitzen? Da sind wir schon. Das ist total gemütlich. Ja. Da sind wir schon. Ah, da sehe ich einen E46. V8 ist das Auto vom Sascha. Captain Gaskrank. Ernsthaft? Das Auto hier. V8 umbaut. E90 M3 V10. Also Sascha, Captain Gaskrank. Wir hatten ja schon mal gesprochen, dass wir eigentlich den E46 40 zeigen wollten. Wollen. Kann man jetzt natürlich schlecht heute vorweg nehmen. Das heißt, wir gehen mal einfach nur so ein bisschen drauf an, was die Jungs hier machen. Und dann checken wir es mal. Also hinter uns hat schon mal ein E90 M3 mit 10 Zylinder gepackt. Da ist er schon. Moin. Hertha. Hi. Hi. Philipp. Da sind wir. Von diesem K-Fahrzeug. Also ich glaube, das ist der mit V10, oder? Das ist V10, ja. Vor allem dicke Keramik, wo haben sie drauf? Ich hatte ja genau so ein Auto aber als V4. Das ist mein absolutes Trauma. Kann man den mal abpacken? Sieht so schön glänzend aus. Die E90 mit V10 ist natürlich die. Warte mal. Das erste Mal, was mich ja schon mal wieder geil macht, ist Keramikbremse drauf. Das ist ein Muss bei den solchen Fahrzeugen. Das Ding rennt ja. Ihr macht nur BMW? Wir machen auch Audi. BMW. 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 Alter. Geil. Aber guck mal hier. Da sind wir gerade die Turbo da machen. Hier wollen wir noch nicht zu viel verraten. Jetzt können wir uns mal einen roten E36 angucken. Boah, da sind schicke Räder drauf. Ist das 17, ja? Oder 18? 18. 18. Krass, das sieht gar nicht so groß jetzt aus. Nein. Okay. Also ich fasse nochmal zusammen. BMW. BMW. Wir haben auch Audi. Momentan nicht so viele da. Wir machen auch die RS Fahrzeuge. Viel. Motoren und solche Sachen machen wir auch. Sehr viele Motorschäden. Aber eigentlich mehr BMW. Ja, ich überlege mit welchem Fachzeug fangen wir jetzt überhaupt an, Alter. Also der hat auf jeden Fall ein Auto hier. Den müsst ihr sehen. Der schallert uns weg. Aber ohne Fragen. Da ist nämlich gefühlt einmal alles. Lass uns mal erstmal hier V10. Das sieht mich eigentlich am meisten erstmal. Das ist... Aber allein die Bremse ist schon... Das ist nicht der einzige V10, der hier steht. Jetzt hier draußen gerade? Ja, sag ich, das sind nur einige andere. Die Bremse ist M4 Keramik oder wie? Das ist M4 Keramik, obwohl vorne sind 410er Scheibe von M5 F10 drin. Die sind ein ticken größer. Die Zangen sind gleich. Geil. Für mich ist ja Keramik immer noch einfach das schönste, was es immer gibt. Das bremst aber auch. Ja. Macht ihr aber mehr nur so Umbauten, die geil sind oder auch Rennstrecke mehr hier? Weil das ist ja eigentlich so Rennstrecken gegen, oder? Wir machen auch Rennstrecken Umbauten. Da habt ihr auch selber einen E92 V10, oder? Wir haben selber einen E92 V10, oder? Der ist mehr oder weniger dieses Jahr jetzt finale fertig geworden. Da sind noch ein paar Sachen, die wir machen müssen. Aber erstmal fährt das Auto. Wir sind auch schon ein paar Runden gefahren. Mein Bruder ist ein paar Runden gefahren. So vorsichtig ist er schon 37er Zeit gefahren. Auch dann noch schlafen damit. Aber man muss dazu sagen, V10 Technik drin. V10 Technik drin. 7 Minuten 30? Ist er gefahren. Das ist jetzt noch Anfang gestalten, sagen wir mal so. Also antasten. Der ist in den letzten zwei Jahren nicht gefahren. Daher muss er jetzt erstmal ein bisschen auf das Auto sich angehören. Wieder ein bisschen lernen. Ja, ein bisschen lernen und Autonomisten optimieren. Man merkt, dass die Bremsen und die Reifen schon an seine Grenze kommen. So, aber hier haben wir jetzt E90 M3. Ja. Aber mit Zehnzylinder. Zehnzylinder für Straße gebaut. Wie seid ihr darauf gekommen? Wir machen die Umbauten schon lange her. Also die Umbauten machen wir schon nicht. Wo ich früher gearbeitet habe, haben wir nur sowas gemacht. Ah. Und da haben wir jetzt seit sechs Jahren uns selbstständig gemacht hier. Alter, noch ein E6 ist hier. Aber da muss man sagen, der hat aber eine ganz verrückte Technik drin. Wieso? Der ist komplett M4 Technik drin. In dem Leben. Also wirklich komplett M4, ne? Ja. Das wird brutal. Ich sag's euch. Ich will nichts zu viel versprechen, aber ich weiß, die Jungs sind verrückt. Hi. Guten Tag. Guten Tag. Ich hatte ja E36 mal gar nicht so auf dem Schirm. Das kommt jetzt erst so. Ja. Ich mochte die Autos nach. Die Autos werden jetzt wieder laufen. Ja, die kommen jetzt. Hi, Philipp. Tschüss dich. Ich mochte die E36 nie. Mit 18 weißt ja immer, der Papa fragt, was willst du für ein Auto haben? Damals natürlich alle, die aussehen wie wir. E36. Und ich hab immer gesagt, auf gar keinen Fall, ich bin Golf gefahren. E36 ist der Vorteil, die Autos sind leicht. Von der Karosserie her extrem leicht gegenüber den anderen. Und das ist das Gute bei den Autos. Und was ist dein Lieblings? Äh, ja, Problem. Wenn man alle hat, wenn man alle hat. Eigentlich der E46 von vorher, ne? Das ist immer ein Lieblingsauto gewesen, ne? Alltagtauglich ist er mehr so ein E92. Das ist mehr Alltagtauglich. Ja, aber wo sieht man schon mal einen E90 mit V10 und dahinter einen E36 mit M4-Techn? Ja, hier. Ist aber Schalter oder ist das dann hier? Das ist ein SMG-Auto. Mhm. Mit 7 Rang SMG. Die bauen auch auf dem Schalter, das geht auch. Würde eigentlich sowas, das hab ich mich immer gefragt, auch mit DKG gehen? Mit DKG-Getriebe passt zwar Plug-and-Play drauf. Das Problem ist, bei dem Motorsteuer ist das Problem. Und zwar bei dem V10 war da diese erste Generation, dieser Motorart. Mhm. Danach kam der V8, eigentlich die Erweiterung von der V10, ne? Von der Technik her gleich, da fehlen nur zwei Zylinder. Und der 8 Zylindersteuergerät ist ein bisschen moderner Steuergerät. Der kann DKG, aber der V10 steuert, kann kein DKG. Und da ist keiner in der Lage, dieses Steuert so umzuprogrammieren, dass es funktioniert. Woll. Jetzt kommen sie. Ich glaub, er hat ein Tuninggriffen hier. Aber das heißt, der 8 Zylinder, der hier ursprünglich drin war, ist eigentlich der gleiche wie der 10 Zylinder, nur wirklich zwei Zylinder weniger? Weniger. Also von der Technik her, das ist eigentlich der Ursprungmotor. Von der Technik her, ne? Ja, ja. Natürlich, der V8 wurde etwas modernisiert. Von der Warnus her. Die V10 haben Hochdruck-Warnus. Das arbeitet mit ungefähr 80 bar. Und der V8 ist Niederdruck-Warnus. Da haben die was geändert und der Motor dreht halt ein bisschen mehr. Der V8 dreht ein bisschen mehr. Hi. Hi. Philipp, hi. Können wir mal unter die Haube gucken? Bei Audi ist immer so ein bisschen das Problem, baut man da einen anderen Motor ein, passt immer so gar nicht mehr. Ja. Ist das bei BMW auch so, oder ist das da so ein bisschen... Bei BMW passt sehr vieles. Es ist einiges einfacher, ne? Krass, Alter. Vor allem, sei mal ehrlich, sieht das nicht so aus, als wäre das so? Ja, brutal. Vor allem auch so, weißt du, mit zwei Luftfilterkästen und auch so mit der schrägen und so. Ja, als wenn das wirklich hier rein gehört, ne? Ja. Im Endeffekt war das der richtige Motor für das Auto, weil der V8, sei mal ehrlich. Der ist ein bisschen, ja, sag mal so träge, den muss man schon drehen. Ja, ja. Ansonsten, ja, untenrum... Geschnell fand ich meinen auch, ehrlich gesagt, irgendwie nicht so. Aber fährt das Auto jetzt mit dem V10 wirklich viel, viel, viel krasser, oder halt einfach nur in Summe geiler? Erstmal in Summe geiler, von der Leistung her auch krasser. Man muss bedenken, so ein Auto mit so einer V10, wenn man die laufen lässt, die haben zwar nicht keinen Drehmoment, wenn man auf der Bahn laufen lässt, da fahren die Tacho 350. Das kann kein anderes Auto, außer jetzt so eine R8 mit Hochdrehzahlen, ne? Und dann kommt ja auch Sound erlebt. So eine M5 mit V8 Bi-Turbe, da muss man wirklich 800 Pärs da rein, 8-Mal-Fuß-Pärs, damit man diese Endlich-Schwindigkeit fahren kann. Und die Dinger können von zuhause auf einfach. Die muss man frei machen und dann laufen. Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, ne? Ja. Aber es sieht echt so aus, wie es da reingehört ist. Wahnsinn, ne? Ich sag mal so, die Autos bauen wir so, dass sie TÜV-konform sind, ne? Und dass die auch auf der Straße wie Serienautos bauen. Die funktionieren auch genauso wie Serien, auch mit allen Einstellungen, wie M3 Modus. Kann man den auch auslesen? Man kann ganz normal auslesen. Also ganz normaler BMW-Tester, der kennt das immer noch als ein M3, aber im Hintergrund nur ein anderer Motor. Also wenn er jetzt irgendwie Motorfehler hätte, irgendwas, keine Ahnung, sagt er dir Fehler? Ganz normal OBD-fähig auslesbar. Wahnsinn. Wie ist das kostenmäßig bei so einem Ding? Ist der V10 tendenziell eher teurer oder billiger als die V8? Also wenn man jetzt erstmal einen Motor kauft? Genau. Der Motor, die sind ungefähr in gleicher Preis. Gleich ähnlich. Wenn man ihn gebraucht und kauft. Nur wenn man so einen Motor kauft, ist es bei uns so, dass wir die einfach direkt auseinandernehmen. Egal ob die kaputte oder nicht, wir revidieren die einmal vernünftig. Weil der Endprodukt muss einfach vernünftig sein. Deswegen machen wir den Motor direkt Revision. Wie hast du denn eine Revision bei so einem V10? Da kann man auch nochmal materialtechnisch so 5.000 Euro. Und dann hast du auch nochmal 3.000 Euro hoch. Und 7.000, 8.000 Euro hat man ungefähr für die Revision dann. Selim, du wolltest kein Auto mehr kochen. Also ist schon viel geiler. Ich hab den ja auch als Track Tool. Wo fährst du denn? Ich hab den E2 an Track Tool. Also das Ding fährt schon geil. Also von der Leistung her ist das echt, man sagt so, so muss ein Auto vom Berg aus kommen. Ich hab das gesagt, ich hab das Ding gehabt als V8 und der fuhr nicht. Also der war flott, aber nicht schnell. Ja, dem fehlt halt einfach diese 100 PS fehlen mir einfach. Das merkt man schon. Das heißt, wo liegt man hier bei so einem Umbau ungefähr preisig in Summe? Also M3 hinstellen, sagen wir bauen einen V10 ein. Wenn man einen Motor mitbringt. Also nur so Umbaukosten mit TÜV und so was man so alles so braucht. Also beim E90 oder E92 liegen wir Lohntechnen ungefähr bei 20.000 Euro. Das alles andere ist individuell, wenn man eine andere Bremse haben will. Ja klar. Und der Fahrwerk und optional andere Sachen. Und das ist natürlich dann individuell. Ja gut, man muss mal berechnen, wenn du so ein M hast, das muss ja schon ein M sein. Ob es ein E90 oder E92 ist. Du hast ja immer noch den Technikpaket vom V8 da. Und dafür bekommst du ja auch noch Geld. Also man muss das immer dagegen rechnen. Also wenn du unterm Strich nachher mit Motorrevision und Lohnkosten so bei 50 stiegst, dann musst du dein Technikpaket 15 zählen. Also bis unterm Strich so bei 35. Das muss man immer mitkalkulieren. Weil ich meine die Sachen kosten ja auch nicht. Vor allem mit TÜV. Das ist natürlich TÜV konform. Komplett alles TÜV konform. Und Sound halt. Deswegen müssen die Fahrzeuge auch so gebaut sein, damit das auch alles funktioniert wie man das kennt als Autofon. Aus Werker. So muss das funktionieren. Hier funktioniert es auch wirklich alles. Auch ob man jetzt mit 400 PS fährt optional. Das ist mit Sport noch. Ob man 507 PS fährt. Ob man DSC auch komplett ausschaltet. Oder nur auf M-Drive Modus fährt. Das funktioniert alles. Das harmoniert. Das muss auch auf der Rennstrecke funktionieren, wenn man mal Rennstrecke fahren muss. Weil wenn man so ein SMG-Getriebe runterschaltet und der gibt kein Zwischengas. Das ist genau das Problem. Viele, die DKG umgebaut haben, die kriegen mit Zwischengas nicht. Dann blockieren die Räder hinten. Dann drehst du dich einmal. Ah. Das Ding muss Zwischengas geben. Verstehe. Weil, kurz unterbrechen. Weil original wäre der M3 schon DKG. Der V10 kommt aber aus dem SMG-Out. Das ist noch ein SMG-3 nennt man. Das ist zwar, man muss bedenken, das ist eine Technik, die schon seit Ende 2004 existiert. Und immer noch eigentlich geil ist. Das muss man so sagen. Ich habe einfach nur geflasht. Wenn du jetzt das V10-Emblem abmachst, das M dran lässt und kommst in eine Polizeikontrolle. Ich wette, 95% Beamten denkt, das ist so ab Werk. Das ist V8. Du könntest ja übertrieben gesagt, klebst einfach V8 drauf und schon denken sie. Ich habe ja. Das hatte ich ja bei meinem gehabt. Bei meinem hat sich V8 drauf, so als Joke. Und das ist ja immer noch drauf. Und der war ja beim Tüffen. Die haben erst gedacht, was sollen wir da machen. Was sollen wir da mit dem Motor eintragen? Die haben erst gedacht, das ist wieder original Motor. Auspuffanlage in dem Fall hier? Bis hinterm Endschalldämpfer. Also vor dem Endschalldämpfer ist original V10 Auspuffanlage. Das ist ja auch von der Form her passend 90%. Man muss minimales ändern. Man braucht für die Abgasanlage die Auspuffanlage, weil TÜV trägt ja auf Original Basisteile. Es ist schwierig, wenn man eine Auspuffanlage selber baut. Irgendwas einzutragen, ist jetzt schwieriger. Aber wenn man Originalteile verwendet, das ist überhaupt kein Problem für den TÜV. Das ist ja quasi komplett Technikpaket, Abgasstrang, alles dann von dem Motor übernommen. Deswegen ist das auch alles dann TÜV-konform. Aber Endtöpfe sind dann von? Das sind glaube ich Friedrich. Okay, also bis Endtopf original, alles mit Cuts und so weiter und nur andere Endtöpfe? Ja, mit Endtopf kann man optional nehmen. Man muss halt schon gut dafür haben, für die Endtöpfe. Damit man es eintragen kann. Können wir anmachen? Natürlich. Warte mal. Bevor wir den anmachen, ich schwenke mal einmal kurz rüber. Und dann werden wir gleich den nächsten V10 und der eine oder andere wird jetzt hier nämlich gerade die Scheine noch schon erkennen. Ne, ich muss hier weg. Geil aber auch dieser 36 am Hintergrund da steht. Vor allem mit der Keramik, oder? Ja. Wie geil sieht das Auto aus. Immer wieder krass, wie der Zehnzylinder anders klingt als ein Achtzylinder. Hölle, das Ding ist einfach, klingt wie Godzilla. Wenn es jetzt eine Kalbaufase brennt. Wir versuchen jetzt die Katze, wir haben unser Dorf. Das ist ja. Und dann kann man Gas geben. Muss auch ein bisschen kaffenturfähig. Ja, man kassiert, Alter. Boah! Also die beiden werden nur noch Handschalter. Echt? Die beiden wollen die als Handschalter, ne? Ja, aber ich glaube, V10 als Handschalter mehr geht dann auch nicht in Sachen Fahrspaß, oder? Ja, klar. Ist aber ja auch ein größter Werk. Oder? Ich liebe das so, ich kann hier so ranzoomen, weißt du? Ich bin halt so ganz nah auf deinem Gesicht. Ja, aber ey, wie geil wär das? Warte, ich kann in deinen Augen schon lesen. V10... E36. Wir fahren mal zusammen eine Runde auf einer Schleife. Ich glaube, dann bist du richtig geflasht. Kann man theoretisch V10 auch in E36 reinmachen? Ist das egal? Hat der schon gemacht? Nein, schon gemacht. Ein Kompakt auch noch. 5,8 Liter. Alter, was hast du für krasse Augen? Das habe ich wohl nicht hier gemacht. Was hab ich da gemacht? Ja, das ist V12. Also du dürftest auf jeden Fall nicht als Single in der Struktur laufen. Dann hast du auf jeden Fall gewonnen. Und alle anderen verloren. Er ist doch ja Winner. Aber das war ja, wo ich früher gearbeitet habe. Haben wir einen Kompakt genommen, E36. V10 reingemacht. Sogar mit 5,8 Liter. Und vom Erweiterung. Stroker. Stroker, ja. Mit SMG. Knapp 600-fach schwer. Was das für ein krasser Vergleich sein müsste. Du fährst dein 2 Liter oder so ein V10. Ja. Ich glaube einen krasseren Unterschied gibt es ja nicht. Ich glaube diesen Tag ist so viel draußen. So im gleichen Auto so ungefähr. Hölle. Ja guck mal hier hat er eine Di-D46 und dann steckt hier so ein Monstermotor drin. Aber selbst da muss ich ja sagen, selbst das sieht jetzt noch nicht so aus. Klar fehlt natürlich noch Plastik und oben alles rum. Wenn man das noch alles passend schön macht, dann sieht das jetzt ja auch nicht so aus, als wenn das hier auf gar keinen Fall drin gewesen ist. Der Motor steht schön da. Ja. Wobei dein Motor, der Originalmotor ist ja sogar tendenziell länger. Hat der Einzylinder nach vorne mehr. Der S54 kommt ungefähr bis hier. Dadurch den Zylinder ja länger ist auf der Band, dann geht der auch länger. Wir haben auch hier ein Schaltgetrieb, deswegen habe ich den Motor versucht, möglichst nach hinten zu positionieren. Aber mit Schalter V10, das muss doch gehen wie der Teufel. Schon krass eng alles. Aber geil. Also sorry, dass wir hier so ein bisschen in den Themen springen. Aber so ein bisschen emotionale Reizung hier. Reizung auf die Autografie. Weil wo sieht man wirklich mal im Hintergrund einen V10? E46. Und wenn man ehrlich ist, ist das ja eigentlich genau so ein Auto, wie ich es ursprünglich mal gebaut hätte. Eigentlich eher große Räder, fette Keramik drauf. Und noch so ein bisschen... Aber mich wundert das gerade, dass die Bände da so unterheben. Ja, das war auch ein bisschen Arbeit. Boah. Und das Ding ist wirklich mal ganz geil. Das ist so von den ganzen Umbauten, man kennt ja viele so, V10 und so. Aber das Ding ist nochmal die Oberstufe. Ihr habt sogar Tacho und alles mit ihm gebaut. Vor allem das Geile ist... Sogar jeder hat es einbehalten. Oder wie das Ding sich dann erinnert. Das Geile ist, du kannst die ganzen Funktionen von dem Motor und du kannst über die Knöpfe vom E6 und Reich bedienen. Und das funktioniert auch alles. Sportlos, ESP und alles kannst du. Das ist so richtig... Junge, sollen wir heute hier acht Videos machen oder wie? Wenn wir mal geflecht sind, sei mal ehrlich, wann sind wir geflecht? Dein Gesicht in der Sonne hier so nah ran gesungen. Nein, aber... Ich will jetzt nicht rumschleimen, aber wann sind wir mal geflecht, wenn wir irgendwo hinkommen? Ja, ne, schon geil. Vor allem halt von der Vielfalt, ne? Weil Motor-Swap hin oder her ist ja dann doch bei jedem Auto immer nochmal wieder was Neues, ne? Vor allem wie geil dieser Innenraum auch ist, ne? Ich mag das ja, wenn so Autos so bis zu Ende gebaut sind und nicht einfach so die Hälfte dann irgendwie fehlt, weil nach dem Motto, jetzt läuft das Auto, jetzt scheißegal, ne? Ja, ne, hier haben wir es noch nicht Finale, ne? Wir haben jetzt so gebaut, dass das alles erstmal funktioniert. Und TÜV ist auch gemacht worden, ist alles eingetragen. Und ich denke mal, später werden wir da oder hier ein bisschen mehr Leistung reinbrauchen. Weil das haben wir ja eigentlich nicht gebaut, nur um 430 Späße. Aber ganz ehrlich, 430 Späße in dem Auto, die reichen nicht. Ja, aber guck dir mal alleine an, wie geil dieser... Was uns sehr verwundert hat, ich weiß jetzt auch noch nicht, warum das so ist, das Auto hat eine Mördertraktion. Der geht fast wie ein Allrad nach vorne. Der hat gar kein Gerät... Ja gut, ihr fahrt jetzt 19 Zoll. Mit originalem Motto hat er diesen Traktion nicht gehabt. Also hat er keinen Griff gehabt. Ich stelle mir gerade vor, wie ein E36 mit 430 PS fährt, weil ich weiß, wie ein E36 nämlich mit gefühlt 300 PS weniger fährt. Und das fährt er nämlich gar nicht, der muss ja gehen wie die Hölle. Der fährt schon, also auf jeden Fall hat Druck schon jetzt, ne? Der müsste doch eigentlich von der Beschleunigung den V10 in jeder Lage wegbrauchen, oder nicht? So wie er jetzt gerade ist, noch nicht. Weil man darf nicht vergessen, V10 schon um 8, ne? Aber Gewicht? Wenn man jetzt mal, sagen wir mal, Stufe 1 Leistung Stufe 1 draufpacken würde, und dann würde der in den Sprint an dem V10 vorbeifahren. Obenrum zwar nicht. Ab so ab 2,80 nicht mehr. Aber so in der Durchbeschleunigung schon. Ich hab die Waage vergessen. Scheiße. Was wär's jetzt, ne? Alter, wir müssen sowas bauen. Irgendwas. Ich will jetzt gar nichts mehr kaufen. Aber der ist doch echt in einem guten Zustand, ne? Der ist komplett blankiert, da ist alles neu. Hier, da war ich gerade. Alter, guck dir mal. Selim, guck dir mal an, wie geil alleine den Startkopf da integriert wurde. Ja. Ja, vor allem, dass du die neue Technik in dem alten Auto auch so probieren kannst. Ja, ja. Mit dem Display und alles. Richtig geil. Ja, aber auch da, das sieht doch aus, als würdest du das kaufen können. Krass. Also da muss ich echt sagen, Respekt, Jungs. Weißt du, weil ganz... Das ist noch nicht finaler Ende, ne? Nee, aber ganz oft sieht man dann ja, dass halt irgendwie die Hälfte am Ende weggelassen wird, weil halt einfach kein Platz, kein Bock, wie auch immer, ne? Ja. Die Luftführung wird auch hier gemacht. Hier werden wir noch Abdeckungen machen, damit man das jetzt nicht so sieht. Beim E36 sieht das immer komisch aus. Ich werde dann noch Carbonabdeckungen hier rein machen. Das ist eine schöne Carbonabdeckung. Ein bisschen Schönheit arbeiten werden wir noch machen. Aber jetzt nochmal für die Zuschauer. E36 M3 mit M4 Technik. S55. Handschalter. Handschalter. Das wäre nämlich jetzt mal die nächste Frage gewesen. Geil. Echt? Das ist ja so ein bisschen wie der Set jetzt gerade bauen will. Mit S55. Auch als Handschalter. Das heißt, das ist dann auch S55 Getriebe passend dazu? Jaja, genau. Von einem M4, das Schaltgetriebe ist da drin. Wir hätten auch als DKG bauen können, was auch gar kein Problem ist. Aber ich finde, so ein E36 als Handschalter ist besser. Wie ist das, wenn man den als DKG baut? Mit alles so Sensorik, ABS, Lenkwinkelsensor. Kriegt man alles raus oder muss alles mit rein? Ne, muss alles mit rein. Das ist ja auch der Kunst. Erstmal TÜV-technisch ist das ja wichtig. Man baut so ein Auto mit nachher 500-600 PS. Dann ist das nicht handelbar. Für Leute, die nicht so gut fahren können. Deswegen müssen wir auch TÜV-technisch diese ganzen Sensorik mit übernehmen. Originaler M4-ABS ist da drin. Dass man abschalten kann. Dass man mit M3-Modus fahren kann. Dass das auch richtig sicher fährt. Darum geht es ja hier. Und keine Motorsteuer, also es ist ja auch schwierig so ein Motorsteuer so zu programmieren. Dass er auch ohne diese Sensor läuft. Das ist auch das grundlegende Problem, wo ich immer viel sehe. Die Tüner, die so einen Umbau machen. Und dann fahren die Autos nicht richtig. Am besten läuft es immer noch auf Originalbasis aufbauen. Keiner baut besser wie BMW. Man muss sagen, keiner kann diese Technik besser bauen wie BMW. Also übernehmen wir das Technik von BMW und bauen da rein. So dass es funktioniert. Und deswegen funktionieren die Autos im Alltag. Ganz normal an der Rennstrecke funktionieren die. In jeder Lage funktionieren die Autos. Aber man muss ja wirklich sagen, es ist schon so ein bisschen Traumauto, so wie hier steht. E36, M4-Technik, Schalter. Also falsch. Da ist es jetzt ja tatsächlich so, dass man wirklich überlegen muss. E90 mit V10. Oder doch E36 als Schalter mit einer Technik, wo jetzt gerade ja in Anführungsstrichen doch leistungsmäßig Kindergarten ist. Weil ihr werdet da ja ohne Probleme wahrscheinlich 200-300 PS nachlegen können. Wenn ihr wollt. Das ist ja kein Problem. Bei dem Auto ist das standfest. Kann man mit dem Motor 550 PS. Und wie viele Newton? Das wirst du mir überlegen. Ich glaube 650 Newton. Das kann man standfest. Mit original Turbos, mit originaler Motor kann man standfest fahren. Das funktioniert. Selim? Es geht natürlich noch mehr. Ich freue mich schon auf die Rückfahrt. Auf deine Gedanken. Ja, ich beide. Ich muss ihn ja mal einen Tag von der Ebene im Samstag. Vor allem bei dir war ich so. Du hast auch ein Fahrer, der kann das auch umsetzen. Also das funktioniert. Das Ding fährt auch richtig. Das Ding sieht brutal aus. Also ich bin wirklich sprachlos. Der ist einfach nur schön. Heute mit allem jetzt. Also das ist wirklich seit langem mal wieder ein Auto, wo man vorsieht und wirklich schon so denkt, ist schon annähernd perfekt. So auch so jetzt nicht irgendwie so endprollige Räder oder sowas drauf mit den BBS. Passend auch so zeitgenössisch von damals. Weil das war ja so ein bisschen die Zeit, wo man so Räder verdichtet hat. Aber hättest du gedacht, dass 19 Zoll so schick unter dem E36 sitzen können? Im Leben nicht. Wir haben ja gerade noch drüber gesprochen, ob 17 oder 18 beim E36. Und da hieß es ja schon immer, 18 ist eigentlich schon zu groß. Und vor allem, die haben wirklich auch ausreichend Reifen quer. Ist ja jetzt nicht so ein Flachgezogen, das ist ja Gummi. Also ich glaube, wenn du mit dem Auto auf dem BMW-Treffen fährst, müssen schon wirklich viele Autos, die denken, die hätten ein gutes Auto gebaut. Ja, aber wir haben ja noch einen. Und gleich kommt noch ein Wagen. Und der ist noch mal eine Stufe heftig. Gibt noch mal eine Steigerung? Ist das der? Der ist noch mal eine Stufe heftig. Das Monster. Also so wie geil der hier gebaut ist, dann ist der mindestens genauso geil, wenn nicht sogar noch geiler gebaut. Das Auto einfach ein Gesamtkonzept. Es ist ja nicht nur in dem Motor, sondern einfach das Gesamtkonzept. Man muss aber dazu sagen, das Auto, was gleich kommt, der ist ja so perfekt gebaut. Der haben sich ja eigentlich alle BMW-Fans gewünscht. BMW hat ihn aber nie gebaut und ihr habt es einfach umgesetzt. Also das Auto gibt es nur einmal. Wunderbar. So wie es halt auch den hier nur einmal gibt? Nein, nein, aber... Den einmal? Den einmal? Nein, aber das Auto... Die gibt es nicht einmal. Also als Schalter jetzt einmal, aber die 6 Porsche V10... Ja, aber was ich dann... Ja, aber was ich dann... Gibt es E36 M4 Altschalter schon? Nein, das ist der Einzige. Ja, doch der Einzige. Ja, aber das Auto, was gleich kommt, gibt es als Karosserie auch so nicht. Ah, okay. Verstehe. Ja, das meine ich dabei. Also das ganze... Ja, aber noch nicht, weil das Auto, was du gleich sehen wirst, du wirst dich fragen, was ist das für eine Baureihe und die gibt es nicht. Ja, also wir können jetzt hier schlecht jedes Auto proben heute. Ich finde auch, die Autos sind alle zu gut gebaut, um das jetzt Solari Fahre hier mit der Blockkamera vorzustellen. Also da müssen wir auf jeden Fall noch mal intensiv detailliert über alle Autos sprechen. Da könnt ihr euch um jede Menge Content auf jeden Fall freuen. Wir können auch mit den Autos nochmal richtig in den Boden machen, dass die auch mal ein Stück mit den Autos mal selber fährt. Also sind wirklich alle Autos 100% fahrbereit bei euch immer? Also direkt rein, los. Außer jetzt die hier, die sind noch in Bauphase. Ja, ja klar, wenn die noch nicht fertig sind, dann... Der ist fahrfertig. Der ist fahrfertig. Der ist ja auch fahrfertig. Genau, da wollten wir eh auch eigentlich mal drüber berichten. Ich sehe jetzt zum allerersten mal live diese GTR Code Flügel. Schön krass aus. Oder die heißen GTR, ne? Das heißt, ja, GTR ist glaube ich schon ein bisschen breiter, aber es ist so GTR. Ich bin fertig. Ich bin begegnet. So, genau. Hier geht es weiter, ne? Jetzt ist das Auto. Kommt nichts mehr? Das Auto, Technik ist schon soweit. Elektrik habe ich auch, so 80% fahrtig. Jetzt muss der Motor raus. Muss ein Motorraum neu lackiert werden. Kriegen Anpassarbeiten. Dann wird der Motor komplett neu revidiert. Dann kommt der Finale rein. Angenommen, man würde ein maximales Track Tool bauen wollen, so wie der E46 da hinten, sag ich jetzt mal. Und nimmt eine E92 Basis. Würdest du dann sagen, V10 oder V8 am Ende schneller? Ja. Das muss man jetzt austesten. Wir haben so ein Auto gebaut und werden jetzt sehen. Also von der Leistung her ist auf jeden Fall V10 Gewicht schneller. Gewicht ist V8 unterm Strich ungefähr, was wir hier festgestellt haben. So 50 Kilo sind das? 50 Kilo? Ja gut, wir haben bei dem V10, ich fahre das Auto hauptsächlich auf der Strecke. Der ist vorne schon leicht schwerer, aber bis jetzt habe ich noch keine Nachteile auf der Strecke deswegen. Aber natürlich musst du jetzt erstmal ran tasten, Stück für Stück. Und gucken, was nach unterm Strich geht. Also leistungstechnisch, wenn ich mit einem V8 fahre oder einem V8 vorfahre, dann mache ich so einen Satz nach vorne. Da ist so viel Luft. Natürlich drückt der nicht anders. Aber muss man jetzt austesten in den Proven. Langsamer bin ich definitiv nicht. Aber ich muss mich erstmal herantasten. Was denkst du, fährt das Auto? Laut Schleife ungefähr? Also mit einem richtigen Fahrrad unter 7 locker. Unter 7, ne? Ja. Das ist ein richtiger Fahrrad. Das geht nur bei den Lamparen bei den ganzen WB-Fahrrad. Wir sind alles Hobbyfahrer. Wir sind ja keine Rennfahrer oder so. Das ist ja mehr Hobby und so. Und wenn dann ein richtiger Rennfahrer kommt, das ist wieder wie Tag nach Unterschied. Das ist genauso wie bei einer Hobbyschrauber oder Profischrauber. Der macht dann die Arbeit wahrscheinlich drei oder vier Mal so schnell an. Ja, der andere baut halt einen V10 so ein. Und dann gibt es bestimmt noch V10s, die anders aussehen. Alles ergelassen. Wie kam ihr da drauf und wie habt ihr das angefangen umzusetzen? Einfach learning by doing oder habt ihr euch die Problematiken angesehen und dann daraus irgendwie gelernt? Oder hattet ihr auch schon mal Probleme, die ihr erstmal nicht lösen konntet? Ja, ich sag jetzt mal so. Es existieren ja viele V10 auf dem Markt. Die Autos in E90 wurde das erste Auto, glaube ich 2006 gebaut. Ich will jetzt nicht nur den Namen nennen, aber die Autos, die so auf dem Markt laufen, die wurden alle mehr oder weniger alle da gebaut, wo ich früher gearbeitet habe. Das heißt mal Günther Mannhardt. Das kennt jeder aus. Nein, nicht Wuppertal. Der eigentliche Mannhardt. Da wurden die Autos gebaut. Da habe ich auch zehn Jahre gearbeitet. Da habe ich natürlich mir das Ganze beigebracht. Seit sechs Jahren sind wir hier am eigenen Farmer. Gegründet und selbstständig. Und wir machen die Umbauten mehr oder weniger als nebenher. Unser Hauptgeschäft ist Motoren-Bistandsetzung und allgemeine Reparaturen. Weil ich solche Fahrzeuge auszuwenden. WM-Fahrzeuge meistens und Audi RS-Fahrzeuge, RS-Fahrzeuge machen wir auch. Das ist eigentlich mal so, um mal zu zeigen, was wir so können. Darum machen wir diese Umbauten. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, Salem. Was meinst du, wenn ich mit der Waage hier ankomme? Wenn wir diese ganzen Autos mal durchwiegen? Ja. Weil durchs Internet werden ja die kuriossten Sachen sein. Sei es, was ein E90 mit dem V10 wiegt. Im Vergleich dazu, was eigentlich der E92 mit dem V10 liegt. Da werden ja auch wieder einige denken. Dann sowohl E46, E36. Es ist schon höchstreich interessant, das alles einmal durchzuwiegen. Ich bin geflecht. Ich meine es nur ganz. Dann können wir den gleich mal auch mal rauf fahren. Dann können wir den mal runter fahren, weil das ist auf dem Bauch. Das ist aber ein S5-Motor. V8 im Einsatz. Das gibt es ja auch nicht. Ich stelle mir das gerade auf der Autobahn. Der eine versucht den Einsatz zu schieben und der ballert den mit dem Achtzylinder weg. Das heißt, das einzige Auto, wo gerade der Originalmotor drin ist? Das ist der und der M5. Und der M5, ne? Der M5 wird am Motor gemacht. Ja. Also ich muss sagen, Jungs, mega Truppe. Vielen Dank, dass ich das erstmal so auf schnell hier schon mal kurz zeigen durfte. Wir setzen dann auf jeden Fall ganz intensiv nochmal ein und müssen, glaube ich, jedes einzelne Auto vorstellen. Unbedingt. Aber dann auch von unten wiegen, fahren und so weiter. Und das würde in Summe einfach so lange heute dauern. Plus keine vernünftige Kamera mit. Weil ich glaube, die Autos sind es auf jeden Fall würdig, dass wir das alles nochmal geil zeigen. Naja. Aber ein geiler, geiler Typ. Also, Firma Speedtec in Düren. Mega. Wenn ihr die Jungs seht, wisst ihr auf jeden Fall, dass die Autos schnell sind, umgebaut sind, Straßen zulassen sind und damit auch noch fahren. Aber du kannst ja einen Teaser reinmachen von dem Einhorn, was gleich kommt. Machst du ein Bild, weil das wollen die sehen. Das ist so brutal. Ja, das ist ja genau das Problem. Jedes Auto, was hier ist, will man sehen. Aber das Auto, was gleich kommt, vertraue mir, hast du noch nie gesehen. Ich habe noch nie einen E36. Nein, 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 nein. Aber es gibt einen E36. Ich habe noch nie einen E640 gesehen. Alles richtig, aber das Auto, was gleich kommt, gibt es so nicht. Also selbst die Karusse. Ja, verstehe ich. Aber der E36 ist für mich schon nah am perfekten Auto. Glaub mir, dass das gleich kommt, die Sölle. Ich meine es gar nicht. Danke fürs Zuschauen, hat Spaß gemacht. Und bis später. Wir müssen auch gleich so einen Off-Teaser kurz und wir beide gleich zurückfahren. Der kommt jetzt gerne hinterher. Ciao. Alter, hier wird man so krass abgelenkt, dass man noch nicht mal dran denkt, bei dem V10 einmal ganz zu dir. Da wird die Sound glatt Nebensache hier. Der Sound, sorry. Hat noch einer einen V10 zu verkaufen? Brutal, ey. Was ist denn hier 36 übrigens? Ich will so ein Auto aus. Geil. So, ich werde genötigt. Ich muss noch eine Runde heute mitfahren hier. Ich kann euch allerdings noch nicht zu viel von dem Auto verraten. Weil, das seht ihr demnächst hoffentlich, wahrscheinlich wieder auch in dem Video, ne? Deswegen, wir verraten noch nicht, was es ist. Aber, wobei doch, wir können immerhin sagen, es ist ein viertüriger 1er. Aber nicht mit dem Motor, der eigentlich drin war, ne? Eigentlich nichts mehr original hier drin. Leistung aktuell ungefähr? So um die 700 PS. Gemessen haben wir sie nicht. Hier ist wirklich eigentlich gar nichts dran original. Aber es fährt sich wirklich tatsächlich wie original, ne? So, ich gebe euch einen ganz kleinen Teaser. Den Tacho muss ich euch einfach kurz schon mal zeigen. Du wirst ja vielleicht schon mal so grob, was hier voraus ist. Weil, wenn man jetzt den Tacho sieht, wird man erstmal denken, hm, wer ist Vogel? Könnte ein M2-Motor drin sein. Aus dem Dorf mal raus. Aber auch krass leise, ne? Finde ich sogar noch, ne? Ja, wenn man Gas gibt, kommt das von... Ne, aber jetzt so einfach nur so vom Rollen her. Von dem Rollen her ist einfach voll entspannt, ne? Voll entspannt, ne? Okay. Ich schaff's tatsächlich auch gar nicht selbst, obwohl ich den Arm schon ausgestreckt habe, die Kamera nicht vorne zu halten. Vor allem die, ähm, die Akustik und wie der so die Gänge durchschaltet und so, ne? Blitzschnell, ne? Krass. Weil wirklich ohne jegliches... Das Auto hat ja eigentlich nur so viel Potenzial von Leistung technisch, dass er problemlos umsetzt. Dass das jetzt gerade alles noch so Kindergarten-Warm-up so ungefähr ist, ne? Ja, ja, eigentlich ist ja noch im Kindergarten-Bereich das Ganze gerade. Aber, das soll ja ein Straßenauto sein, kein Kopfschmerzen machen. Auch nicht mit Polizei und sowas. Wollen wir ja auch nicht. Ja. Warum geht's hier einfach? Klingt auch geil. Weil es ist jetzt nicht so ein lautes Auspuffgeräusch, ne? Sondern es ist noch so ein richtig kraftvolles Geräusch hier drin. Einfach nur. Okay. Das ist wirklich so, als wenn es wirklich original wäre, ne? Als wenn du so im Auto drin sitzt, Kickdown machst, der schaltet die Gänge runter, bumm, zieht durch. Ja, klar. Also ich weiß, derjenige... Aber auch keine Angst zu haben bei dem Auto, ne? Einfach Gas zu geben, ne? Derjenige, der dieses Auto bald testen wird, wird auf jeden Fall ausflippen und echt jeden... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Einfach krank, ne? Weil dieses Fahrzeug hat nämlich auch noch Allrad. Aber jetzt will ich euch zu verraten, derjenige, der das Auto bald testen wird, wird auf jeden Fall ausrasten und seinen Spaß haben. Viel Spaß dabei. Und nochmal, wirklich mein vollsten Respekt, wie geil der Auto ist. Muss ich einfach nochmal... Wirklich, wirklich... Eins plus. Völlig brutal. Also ich sag, einen Satz dazu. Ich habe noch nie, wirklich noch nie ein Umbauauto erlebt, was so perfekt gebaut ist, dass du das Gefühl hast, dass du den so bei BMW hättest kaufen können. Habe ich noch nie gehabt. Also das Auto fährt sich wie original. Völlig Banane. Ich würde sagen, das war jetzt final der letzte Satz für dieses Video, ne? Ja, ich bin auch sprachlos. Einfach geil, ne? Heftig. Bruder unsympathisch. Einfach super nett. Super nett. Gastfreundschaft. Sehr... Da... Also... Danke fürs Zuschauen und tschüss.